so wie leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute ein thema wirklich ein thema das habe ich schon ein paar videos gehabt und zwar der führerschein leute ihr werdet es nicht glauben ich habe ihn bestanden alter nur fehlerpunkte leute endlich so schwer war es jetzt eigentlich gar nicht im nachhinein aber irgendwie von prüfung zu prüfung wenn man mal verkackt hat wird man immer aufgelegt haben heißes gefühl gehabt aber als dann endlich das ergebnis kam und bestanden dran stand und null fehlerpunkte auch noch halt richtig nice da habe ich mir einfach so gefreut dass ich es endlich habe und ja genau heute im hintergrund setzt auch mein zombie gameplay leute ein zombie gameplay wenn er davon mehr sind wort lasst doch meinen daumen nach oben da oder so ich mache das video jetzt gerade am mittwoch genau mittwoch 15 uhr oder so das ist jetzt keine ahnung leute halb drei nachher kommt online auf jeden fall noch zwei tage schule bei mir in bayern und dann sind endlich die sommerferien sechs wochen werden lange da kommen auf jeden fall richtig geile videos und zwar nächste woche schon nächste woche leute am samstag fahr ich in urlaub nach kroatien und da werden richtig geile vlogs auf euch zukommen würde ich sagen da unten nachher habe ich anscheinend wlan wenn nicht das wäre richtig bitter ich denke im notfall tue ich noch paar wie heißt videos vor produzieren aber da unten ist eigentlich wieder da wo wir wo ich da halt bin und genau da mache ich dann richtig geile aufnahmen leute die gopro habe ich natürlich am start dann kann ich richtig geile unter wasser aufnahmen euch bieten im meer dann keine ahnung vielleicht fahr ich jetski oder so mal schauen leute da kommt richtig geiles auf euch zu würde ich sagen also da könnt ihr euch auch was freuen denn an der hand der letzten videos und so habe ich auch gesehen ja ihr feiert sie eigentlich schon relativ und die wir sind eigentlich ganz gut ankommen bei euch und das freut mich auf jeden fall umso mehr dann da die videos dann aufzunehmen heute auch wieder eine schule nur noch rumgegammelt nur noch die letzten schultage sind so ätzend morgen haben einfach mal so ein scheiß komisches fest bringt gar nichts machen und genau die neue leute freitag ist zeugnisse gibt es zeugnisse oh shit ja so schlecht bin ich gar nicht in der schule ich bin eigentlich ganz gut leute bin eigentlich ganz gut so 2,5 schnitt ist dieses jahr am start weil ich glaube so eine kommentare wie ihr so eine schule selbst das würde jetzt mal interessieren vielleicht gibt es ja auch ein paar leute die einen einserschnitt unter euch haben das wäre es ja aber mal schauen leute auf jeden fall freue ich mich richtig auf die nächste woche dann da bin ich dann 14 tage also zwei wochen dort zwei wochen wird richtig geil ich schaue dass ich da dann jeden tag ein video graus oder jeden zweiten je nachdem was man macht und genau dass die videos von anton und marcel und ks freak alter dass der abonnenten treff war ja nicht mehr schön als ich da abging da wäre gerne dabei gewesen aber ich wohne einfach viel zu weit weg viel zu weit weg dafür dass ich extra nach berlin fahren für so ein abonnenten treff das ist mir dann doch nicht wert aber ja genau ich sage so oft ja genau nicht mehr feierlich leute aber wenn man das mal selber erlebt was das für ein gefühl sein muss richtig heftig genau dann würde ich sagen was ist schon von dem video einfach mal so bisschen freestyle so real talk mäßig keine ahnung aber ein paar infos wieder rauskauen ich werde es dann gleich noch ins fitness gehen und danach noch ein video aufnehmen für euch wieder ein live commentary wo ich ein paar verschiedene tods zock mal schauen was dabei rauskommt ich hoffe das wird krass aber das seht ihr ja dann schon vielleicht heute sogar noch oder wahrscheinlich morgen oder so genau leute also dann hoffe ich euch hat's gefallen ich hoffe ihr freut sich da auch so drauf die aufnahmen und zunächst und dann sehen wir uns im nächsten video wieder haut rein und ciao leute